Ich begrüße die Fraktionsvorsitzende der Linkspartei, Sarah Wagenknecht. Die Bundesregierung bestätigt, Deutschland wird den Kampf gegen den IS militärisch unterstützen. Die Kanzlerin spricht von einer notwendigen Entscheidung. Sie sehen das anders. Warum? Ja, weil man einfach aus seinen Fehlern offensichtlich überhaupt nichts lernen will. Wir haben in Afghanistan 14 Jahre einen sogenannten Krieg gegen den Terror geführt. Es ist ein völliger Fehlschlag. Es gibt heute viel mehr international gefährliche Terroristen als vorher. Wir hatten die Kriege im Irak, in Libyen. Überall ist am Ende der Terrorismus und die terroristischen Organisationen gestärkt worden, weil man mit Bombenteppichen diesem Terror nicht beikommt. Weil auf jeden getöteten Terroristen kommen mindestens 50 getötete Zivilisten. Das sind Kinder, das sind Frauen und die Angehörigen dieser Toten. Das ist dann der Nachschub für den IS, weil natürlich so Hass geschürt wird. Und deswegen sage ich, das ist ein völlig untaugliches Mittel. Wenn man will, dass der IS noch stärker wird, dann muss man jetzt genau das machen, was Frankreich macht, was die Bundesregierung macht. Aber ich finde, man sollte das nicht wollen. Präsident Hollande hat nach den Terroranschlägen international um Unterstützung gebeten. Warum sollte die Bundesregierung dieses Hilfegesuch ignorieren? Würde das die Bundesregierung oder damit die Bundesregierung nicht auch ein falsches Zeichen setzen? Also ich glaube, wir würden viel mehr Unterstützung leisten, wenn beispielsweise Deutschland oder auch die gesamte Europäische Union endlich die Türkei unter Druck setzen würde, ihre Grenze zu schließen. Über diese türkische Grenze kommen jeden Tag bis zu hunderte neue Dschihadisten des islamischen Staates mit voller Munition, mit Waffen. Das ist sein Nachschub. Und über diese Grenze laufen auch, läuft der Ölschmuggel. Und das ist eine Hauptfinanzierungsquelle des IS. Und man weiß genau, auf welchen Wegen die sich fortbewegen. Das heißt, wenn diese Grenze dicht wäre, wäre es schon mal eine Schwächung. Das Zweite ist, dass wir natürlich mit den angeblichen Verbündeten in Saudi-Arabien und Katar, an die wir immer noch Waffen liefern, auch dort endlich richtig Druck machen müsste, dass sie aufhören, diesen Terrorismus zu unterstützen, weil auch dort natürlich ein Großteil der Finanziers des IS sitzen. Also die ganze Politik ist doch unehrlich. Wir haben auf der einen Seite angebliche Verbündete, NATO-Staaten wie die Türkei, die den IS unterstützen. Und dann sagen wir, wir müssen aber jetzt Tornados schicken, damit wir den IS bekämpfen. Das ist einfach eine völlig heuchlerische Politik. Aber der Einsatz stehe auf sicherem völkerrechtlichen Boden, so Außenminister Steinmeier. Die Maßnahmen der Bundesregierung zielen auf Schutz, Aufklärung und Logistik. Das ist doch Hilfe an der richtigen Stelle. Nein, es stimmt auch nicht, dass der völkerrechtliche Boden geklärt ist. Also es gibt kein UN-Mandat für diesen Einsatz, sondern die UN hat Mandate ausgesprochen für ganz andere Maßnahmen. Beispielsweise, dass die türkische Grenze endlich geschlossen würde. Das ist tatsächlich Teil auch des Auftrags der UNO. Aber die UN hat ausdrücklich keinen Militärschlag in Syrien mandatiert. Das könnte sie auch gar nicht, weil wir reden hier über ein Staatsgebiet, das immerhin ja noch eine Regierung hat. Und diese Regierung hat auch nicht darum gebeten, dass man dort jetzt in dieser Weise militärisch eingreift. Also es ist auch ein ganz klar völkerrechtswidriger Krieg, der dort geführt wird. Im Beitrag ist es gerade angeklungen, die Rechtsbasis sei eindeutig. Andersherum, wenn Sie jetzt alle Maßnahmen ablehnen, wie will Ihre Partei denn jetzt wirklich auch kurzfristig den bedrängten Menschen im Irak und vor allem auch im Syrien unterstützen? Auch die Maßnahmen, die Sie nennen, die dauern ja und brauchen Zeit. Nein, das würde nicht sehr viel Zeit dauern. Also zunächst mal, die bedrängten Menschen unterstützen wir nicht, wenn wir Städte wie beispielsweise Raqqa, wo etwa 200.000 Menschen leben, bombardieren. Also auch bei den letzten Bombardements der Franzosen sind dort Krankenhäuser getroffen worden. Es sind Schulen, es sind Kinder getroffen worden. Also es ist doch einfach unehrlich zu sagen, das würde den Menschen helfen. Und das Zweite, eine sofortige Schließung der Grenzen, ein sofortiges Kappen der Nachschubwege, ein sofortiges Kappen auch der Finanzströme würde den IS massiv schwächen. Der IS lebt doch davon, dass er ein großes Netz von Personen bezahlt. Also da ist ja auch eine soziale Versicherung für diejenigen, die dort in seinem Regime arbeiten. Wenn er diese Finanzen nicht mehr hat, dann ist er natürlich geschwächt. Und wenn er keine Waffen mehr hat, keine neuen Waffen mehr bekommt, dann ist er natürlich auch nach außen geschwächt. Das heißt, er kann dann auch sich weniger gegen kurdische Verbände und andere, die ja dort in der Region kämpfen, verteidigen. Also das wäre ganz kurzfristig und das würde ihm wirklich schaden. Währenddessen dieser Krieg ihm im Grunde in der Bevölkerung immer mehr Zustimmung organisiert, so wie das ja leider in Afghanistan auch der Fall gewesen ist. Auch dort hat man gesagt, wir müssen militärisch zuschlagen. Am Ende hat man so viele zivile Tote produziert, dass heute die Taliban mehr Rückhalt haben, als sie je zuvor hatten. Und selbst der IS inzwischen ja versucht, sich auch in Afghanistan zu etablieren. Also ein ganz klarer Beleg, dass Krieg keine Lösung ist und man mit Krieg Terror nicht schwächen kann.